Moin, hallo und willkommen zurück zu Stardew Valley. Morgen, Schatz. Ich bin noch ein wenig am vorbereiten. Ah, du hast David Jr. gefüttert? Okay. So, Schatz, ich mach mich heute. Ich, ähm, ich, äh, bist du unterwegs, Schatz? Ich wollte noch kurz... Ja, du bist unterwegs, okay. Ähm, ich dachte, wir können noch ein bisschen knudeln. Ich muss mich gleich noch vorbereiten. So, jetzt aber. Ich hab dich lieb, Schatz. Wo sind unsere kleine Mönchmungs? Da bist du ja. Du kleiner Racker, ne? So, Daddy muss jetzt nochmal raus. Ich geh jetzt arbeiten und dann muss ich, äh, ganz, ganz schnell in die Höhle. Ich hab, ich hab, Futter hab ich genug. Äh, hab ich eigentlich noch ein paar Treppen irgendwo rumfliegen? Ich weiß gar nicht. Ne, ist ja auch egal. Da ist nichts zum Ernten, da ist auch nichts zum Ernten. Okay, ist hier drin was zum Ernten? Ja, okay. Dann erne ich mal ein bisschen. Zack, zack, zack. Die sind noch, äh, die sind noch entebar, was? Okay, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Dann muss ich eh noch dieses Handy. Eventuell, weiß ich noch nicht. Aber Erdbeeren sind auch fertig. Mann, 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 jetzt geht's ab hier. Die Saison... Die Saison, ich weiß es nicht noch. Da fiel sogar eine Erdbeeren. Ist hier schon ja alles vorbereitet. So, dann kann ich das auch mitnehmen? Das will ich aber eigentlich gar nicht mitnehmen, weil dann hab ich hier nichts mehr. Aber ich seh grad, da ist eh kein Dünger mit drin da. Das ist ja auch doof. Wie ist der ganze Dünger verbraucht hier? Tja. Egal, ich nöde das jetzt mal alles mit. Zack, zack, zack. So. Da noch. Die Saison noch nicht fertig. Hier braucht noch ein bisschen, ne? Gut. Äh, wadida, hm. Ein bisschen was ist eigentlich... Ich kann noch ein bisschen was verarbeiten, eventuell, ne? Wenn ich das hier reinpacke, kann ich neues Seeds machen eigentlich, oder? Krieg ich da doppelte raus? Bist du ja mal gucken. Wäre nochmal ein Versuch wert. Starfruit, hier, zack. Gucken wir mal. Ich möchte gerne neue Seeds haben. Ich bräuchte... Zehen, glaub ich, ne? Oder? Ich glaube, ja. Ich bin ja mal gespannt, ob da welche Baum kommen. So, in der Zwischenzeit sammle ich mal das Zeug hier noch an. Und... Das packe ich noch weg. Dann kann ich noch Starfruit Seeds hier rausnehmen. Okay. Wie, glaub ich, was gibt vier? Das ist schon mal das Doppelte. Das ist schon mal gar nicht schlecht. Wenn ich jetzt überall zwei rauskriege, dann ist das natürlich super. Die kann man essen. Die bringt mir sogar ein bisschen was. Okay. Leicht süßlich, mit einem sauren Unterton. Okay, okay. So. Dann, äh... Hm. Das dauert allerdings ein bisschen bei denen hier, wa? So wie es aussieht. Wenn ich die natürlich wieder direkt einpflanzen könnte, jetzt wäre das natürlich super. Ich weiß noch nicht genau, ob ich da genug bei rumkriege. So. Wieder vier Stück. Das ist schon mal gar nicht schlecht. Jetzt nochmal vier Stück. Das wäre top. Dann hätte ich auf jeden Fall genug übrig und dann kann ich gleich wieder welche pflanzen. Und da habe ich acht Stück noch übrig. Das ist, äh... Ja, doch. Das kann sich sehen lassen. Aber so müssen wir das bei rumkommen. So. Jetzt haben wir es auch schon neun Uhr. Die Tiere warten auch schon. Kommt schon. Seedmaker. Dankeschön. Zack, zack. Sehr gut. Dann sammle ich jetzt hier die Sachen noch ein. Okay, das ist natürlich kein Megadünger, ne? Hab ich dich schon gekümmelt? Du bist sauer. Was? Wieso bist du sauer? Was? Wieso seid ihr sauer? Äh... Das ist jetzt aber fragwürdig. Wieso seid ihr sauer? Habt ihr nix zu futtern gekriegt, oder was? Irgendwas ist hier... Oder habe ich euch nicht gestreichelt genug hier? Seid ihr deswegen sauer? Einige von euch seid nicht sauer. Ich bin verwirrt. Verwirrt, verwirrt. Dem muss ich auf den Grund gehen hier. Das gibt's doch nicht. Na, komm schon. Das ist jetzt... Komm schon. Dankeschön. So, dich muss ich gleich noch ein bisschen scheren. Dich hab ich schon gemolken. Okay. Wollen wir denn die anderen? Dich hab ich noch. Dich hab ich noch. Und dich hab ich noch. Sehr gut. Hab ich das alles erledigt? Sehr schön. Jetzt muss ich dem auf den Grund gehen. Warum seid ihr sauer? Ich hab nicht die Bohnen, die Ahnung. Hier ist alles fit. Aber irgendwie seid ihr nicht zufrieden. Was nicht so gut ist. Da ist noch eine. Dann hau ich die mal hier rein. Zack, zack, zack. Das nehm ich noch raus. So, jetzt muss ich mal gucken. Das kommt da rein. Das kommt da rein. Das und das. Der Käse. Ich muss das demnächst mal wegräumen hier. So, die Schere nehm ich noch mit. Warum seid ihr sauer? Habe ich euch nicht gedingstet? Das kann sein, dass ich euch nicht geknuddelt habe, ne? Dankeschön. Guck ich hier nochmal rein. Essen ist genug da. Also daran kann es nicht gelegen haben. Dann habe ich euch wahrscheinlich nicht geknuddelt, wa? Nicht genug. Hm. Merkwürdig, merkwürdig. So, jetzt gucken wir mal. Das kann noch da oben rein. Die können auch noch da rein. Und, äh... Na, so viel ist das gar nicht, ne? Wo ich gerade überlegen bin. Die Eier. Bessere Eier von denen habe ich gar nicht, ne? Weiß ich jetzt gar nicht. Ich glaube nicht. Dann packe ich die erstmal weg. Wenn ich die schon in Gold kriege. Dann dich noch. Ja, dich noch. Da rein. Der Rest kommt hier rein. So, das weg. Das weg. Und das und das weg. Und das war's schon, ne? Ja. Der Rest kommt drüben rein. So. Dann kann ich, äh... Wie viel Stoff habe ich denn? Jetzt bin ich noch verrat hier. Das ist gute Qualität. Da ist nichts. Die Schere kann noch zurück. Dann kommst du hier noch wieder rein. Das war's schon, ne? Okay, macht's gut. So, den Apfel kann ich dann mitnehmen. Zack. Dann pflanze ich jetzt. Ich muss mal gucken, ob ich noch Dünger habe. Dann müsste ich vielleicht doch noch mal zu Pierre gehen. Na, ich schau mal, was ich noch auf Lager habe. Mal sehen. Eigentlich müsste ich das jetzt mal rüberpacken ins Gewächshaus, damit ich die da alle parat habe. Dass hier mal ein bisschen Ordnung einkehrt. So, ähm... Ich habe hier keinen Dünger drin. Okay. Ach, das ist schon mal nicht so viel. Was habe ich denn hier noch alles drin rumfliegen? Erdbeeren habe ich hier noch, aber nicht mehr so viele. Dann nehme ich die und fülle die auf. Sternfrucht habe ich hier gar nicht. Sehe ich das richtig? Das ist jetzt nicht so viel. Sternfrucht? Sternloch, hier sieben. Dann kommt der hier, dann kommt die da rein. Zehn. Ja, dann kann ich die auch raushauen. Apfel habe ich hier drüben gehabt. So. Der Rest kommt alles weg. Die Zeit verritscht wieder. Ich muss gucken, wenn ich jetzt noch ein bisschen was schlafen will. Dann muss ich mich echt dran halten jetzt hier. Wir haben nach 12 Uhr. Ich habe echt keinen... Ne, habe ich nicht. Egal, muss ich nachher machen. Ich habe jetzt keine Zeit mehr. Ich muss mit dem Bus fahren. Ganz schnell. Ich weiß auch gar nicht, wo ich meine Treppen habe. Pam, bist du da? Hi Pam. Ich hole mir ganz schnell ein Ticket. Ticket, ja. Und los geht's. Auf geht's. In die Wüste. So. Donnerstag. Ich glaube, ich kriege das gebacken hier. So. Ich werde jetzt mal das ein bisschen umräumen. So. Das ist ein Da-Hin. Das bringt Attack sogar. Okay, sehr gut. Dann hole ich mir das dann rein, wenn es losgeht. Hier, so. Ganz wichtig. Meine trifft. So. Auf geht's. Stein. Stein. Ich gebe mir Stein. Und da ist schon solid ein Arschleim. Das ist nicht so toll. Aber erstmal muss ich noch nichts futtern. Ich glaube, der bleibt da. Das wäre natürlich nicht schlecht. Okay, soviel zu. Er bleibt da. Komm schon, komm schon, komm schon. Das ist wie der Ausdauer. Boah, zack, zack, zack. Komm her, hier. So, sehr gut. Das hat ja schon mal gut geklappt. Ich dachte schon, es wäre schlimmer. Ich würde auch gerne mal hier ganz früh in die Mine gehen. Und mal ein bisschen was schaffen. Aber das ist, äh, auch so eine Sache. Da ist schon mal ein Ausgang. Krass. Problem ist nur, ich muss hier, glaube ich, komplett runtergehen in eins, ne? Ich glaube, hier wird nicht gespeichert. Das ist natürlich so eine Sache. Ich habe auch gar nicht geguckt, ob es ein gutes Dingens ist. Aber ist egal. Ob ich Glück habe heute. Ich brauche erstmal Steine. Das ist, glaube ich, das Wichtigste. So. Zack, zack. Energie ist schon halbweg krass. Das Einzige, was hier noch durchgekommen ist, ist, äh... So, wenn ich hier umnehme, müsste es gehen, ne? Genau. Ich brauche mal eine Menge Steine. Ich weiß nur nicht mehr genau, wie viele Steine ich brauche. Für was auch nochmal? Ich wollte irgendwas bauen. So viel weiß ich noch. Egal. Gucken wir mal. Ein bisschen was habe ich gesammelt. Ich muss noch ganz oben. So. Mr. Key müsste ich auch mal eigentlich einen Besuch abstatten hier. Wenn ich da hinkomme. Aber ich muss doch gucken, was ich da machen muss. Oder gehe ich ja mal weiter nach unten. Das wäre natürlich auch eine Alternative, ne? Komm, wir gehen mal weiter nach unten. Komm her hier. Du bist mir einer hier. Und weg damit. So. Zum Glück hat er mich nicht so übelst getroffen. Ausgang. Komm her. Bis wie lange kann ich hier? Bis... Ja. 21 Uhr, glaube ich, geht. Muss mal schauen. Ähm. Da gibt's noch was. Mr. Key wieder gute Arbeit geleistet. Oder wer war das? Ich höre doch irgendwas. Achso, da. Schleim. Komm her hier. Zack, zack, zack. Du bist rot. Komm schon. Nein, geh weg. Der ist noch... Ach, der ist immer noch da. Wie verhaltet ihr denn aus? Jetzt. Jetzt aber. Guck mal, ist noch ein Pilz? Da ist noch einer. Au. Der ist schon voll erwischt. Du sau. Das rote ist bestimmt sein Gehirn, oder? Ich sehe hier nur noch Zahlen aufsteigen. Krass. So. Ich hab dich genau gesehen. Zum Glück. Jetzt hätte ich jetzt echt ein Problem. Komm schon. Schreien gar nicht. Gar nichts. Das ist ja... Hm. Aber ich könnte jetzt mein Essen anwerfen. Ja. Kriege ich nämlich ein bisschen mehr auf Kampf. So. Kann mir nur... zugutekommen, hoffentlich. Wenn ich jetzt natürlich noch ein bisschen mehr Ernte hätte, wäre das toll. Aber... Sieht im Augenblick schlecht aus. Ich glaube, ich muss hier nochmal professionelle Vorbereitungen treffen. Von dem Essen sollte ich auch nicht zu viel essen, weil das sollte ich nur noch übrig lassen. 71 Steine ist jetzt auch nicht die Welt. Hab ich eigentlich ausgeräumt? Doch, ausgeräumt hatte ich glaube ich noch, ne? Jetzt bin ich halt Hals über Kopf losgefahren und hab gar nicht nachgecheckt, ob ich wirklich hier alles ausgeladen hab. Müsste aber hinruhen. So. Weiter geht's. So. Kupfer haben wir hier. Das ist jetzt nicht so viel Ruby. Kommt jetzt nicht so viel, warum? Ah, da ist noch ein Loch. Ja. Sieben Level. Wow. Au. Das muss doch wehtun, sowas. So. Da hab ich schon den Schleim. Krass. Kann nix mehr mitnehmen. Ach du meine Güte. Oh, da ist eine Rolle. Den nächsten Scroll hab ich noch gar nicht. Cool. Ja. Was schmeiß ich denn jetzt noch weg? Holz brauche ich nicht. Ach, davon habe ich schon zwei. Toll. Kann ich aber verkaufen. Eventuell das... Hm. Was schmeiß ich denn jetzt noch weg? Boydnessense brauche ich eigentlich auch nicht, oder? Weiß ich gar nicht. Komm, mach mal. Den sammle ich noch ein. Dann hau ich ab. Ich bin weg. Hast du Musik dazu, ne? So. Ich hab jetzt meine Wokidoki. Äh, meine Wokidoki und mein Walkman hier hätte. Oder Discman. Wobei Discman gibt's auch nicht. Das ist nur MP3-Player. Oder Player? Ne, Player nicht mal mehr Player. Eigentlich Handy. Was kommt als nächstes? Ohne Stecker? Uh. Ich weiß es nicht. Da ist noch was. Gehe ich weiter nach unten? Ich würde sagen, ja. Aber vorher checke ich nochmal, was hier so geht. Tolle Sachen. Boah. Naja. Komm, geh weg. Einen Ring hat er noch da gelassen. Aber den Ring bereue ich bestimmt nicht, ne? Ähm. Was schmeiß ich denn nochmal weg? Guck mal, diese Fragen. Das kann ich eigentlich hier reinschmeißen. So. Da sind noch Boots, aber die sind glaube ich nicht besser als die, die ich hab, oder? Was schmeiß ich denn jetzt nochmal weg? Ähm. Ähm. Ich hätte echt Platz gemacht. Sondern kommen die hier, die... Guck mal wegschmeißen. So. Da ist ein Ausgang. War da unten noch ein Ausgang? Ja, da und da ist ein Ausgang. Okay. Komm ich hier weiter? Ne, wahrscheinlich nicht. So. Wo bin ich denn jetzt? 6.30 Uhr und ich bin nicht wirklich weit nach unten gekommen. Ein paar Edelsteine habe ich gefunden, aber da hört es doch schon wieder auf. Ich brauche noch mehr Eisen. Da ist jetzt noch weiter. Sehr gut. Das ging ja schnell. Da ist noch was zu finden. Muss ich hier jetzt alles platt machen oder das? Sieht so aus, oder? Ne, brauche ich nicht. Komm schon. Komm schon, komm schon. Ach was, was ich gehe einfach. Bist du mir zu doof? Oh. Okay, du bist mir nicht zu doof. Dich muss ich loswerden. Gut. Jetzt kann ich mich um dich kümmern. Komm her, hier. Bist da. Mr. Schlörm. Komm hoch. Dankeschön. So. Gibt es hier noch einen Ausgang irgendwo? Nein, wahrscheinlich nicht, ne? Wäre ja schön, da ist noch so ein Dude. Hier gibt auch keine Geräufe von mir, ne? Ihr seid einfach da. Das ist ja krass. So. Ich sehe... ...noch was auf mich zu kommen. Okay. Au. So, ich würde sagen, wie es weitergeht, sehen wir in der nächsten Episode. Also macht's gut, Leute. Bis dahin. Ciao. Ciao. ... ...